jo leute willkommen zurück und jetzt machen wir mal weiter wo wir stehen blieben sind jo aber erst mal machen wir erstmal die fähigkeiten hier wir sind immer noch hier an der haupt karte also hauptbildschirm stark licht moment wir können einen folgen ausführen das möchte ich gerne haben sie in der komfort ja ich glaube ich sollte lieber es war alles freischalten hier hauptkampagne fortsetzen die gesundheit von partnerkrankten erhöht sich automatisch wenn diese keine weiteren schaden ja so schnell kann ich noch lesen wir wissen nicht einmal bevor ihr euch fürchten sollt wer sind sie ich bin die aufseherin bitte schicken sie hilfe ich bin hier kleine bitte sei am leben ich habe keine eltern da drüben weißt du das ist eine sache die nicht im bericht ich glaube das sehen wir dann jedes mal irgendwie ich weiß nicht warum nur das aussehen ist gut und verkörpert sich sogar verständlich in ihnen franz kafko warum immer nur von dem egal diesmal bin ich alleine leider acht mittige solid fünf bald habe ihr bald spielen wir mit ich jetzt jetzt play so jetzt machen wir mal weiter ja die fliegen viel weil ich irgendwo hier unter uns ist das machen ein bisschen paranoia genau hier untergehen einfach mache ich auch mal weil oben haben wir gesehen da waren nichts sie gestein ja ich sehe das fliegenvieh so ja schon wow es kommt hier näher abwarten abwarten wenn es vorbei kommt angriff ha glück ab ganz knapp wow das ist mir gar nicht aufgefallen ganz knapp ich dachte nur was ist das da hinten ob hier in der nähe ist noch eins so oh nein darum ist einer ich dachte schon warum ist hier ganz in der nähe so darum ist einer ja ja wir können jetzt noch mit nur mit uns und vor gegen das gefällt mir ja es gefällt mir wirklich sehr ihre flasche können wir damit was nee können nichts herstellen das ist aber sehr knapp geworden oder wie viel munition habe ich ja fast leer moment mal ich könnte auch mal ihn benutzen ich nehme mal die das nächste mal die äh pistole über uns ist es wir werden gleich ihn überraschen mal gucken hinterhalt machen ich frage mich warum hier dann unsere Sicht äh verändert wird ok hier ist eins ok moment es kommt näher moment zeigen bitte es kommt näher da schieß noch nicht es kommt näher dachtest du ich schaff das nicht mein freund gerade habe ich mich erschrocken kurz weil ich dachte warum ist da kurz Sicht und dann ja schießpulver ja jetzt kann ich mir das hier machen äh ja sogar zwei bitte zweimal übergeben und einmal das auch ihnen übergeben äh moment nachladen nachladen jo alle sind so lange nachgeladen wir gehen mal mit ihr äh weiter mit ihr kann ich was war das nett ah wenn es eine Seite ist kann ich es sehr schnell lesen 8. November 2009 die letzte Probe wurde unter feste fast finalen Konditionen durchgeführt diesmal wurden elf Kandidaten mit Sensorarmreifen ausgestattet und dann für unterschiedliche Zeitintervalle extrem emotionalen Stress ausgesetzt Ereignisse 3 starben sofort die restlichen 8 mutierten schließlich ab einem gewissen Punkt und wurden dann beseitigt das Experiment endete also ohne dass eine der Testpersonen ihre Angst überwinden konnte äh doch sie sie hat ihre Angst überwunden so so uuuh nein ganz knapp äh äh perfekt äh hier hier muss es sein jammern ok Teilebox oh verdammt ok ducken lieber ok das ist unnötig nimmst du mich hier hin achja die andere Seite war ja hier blockiert stimmt ein richtiger Umweg im Moment war ich hier nicht der erste Level hier sozusagen oder ne doch nicht doch nicht hab mich vertan äh wo soll ich denn jetzt hin hallo was soll ich hier eigentlich hä hä hallo wirst du vielleicht wo ich hin muss nein was war das oh ne oder wo muss ich hin das ist einfach nur unnötiger Weg hallo 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 es gibt was drücken drücken ah Stolmuni mhm mhm nein nein da komme ich eigentlich nicht weiter glaube ich äh I don't know pfff dann gehe ich mal runter oh ah hier meine ich äh Tomas mehr Punkte Moment hier war noch irgendwas da habe ich mich gerade vertan hallo hallo ne ach hier ist ne Moment ach da ist noch ne Tür oder oder hier bin ich ja reingekommen hier ist ja nichts wo ist dann lang äh ja ja erst mal kaputt machen weil Baum gucken wir mal runter äh Karte einfach in die Karte gucken äh ja hoch 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 gucken wir ob wir einen anderen Weg haben hm waren ja noch nicht mal hier stimmt eigentlich auch ja hör auf mit deinem Gewitter wohl das irritiert mich auch sehr ok hier müssen wir lang jetzt bin ich aber gespannt was jetzt passiert sehr gespannt weil vorne haben wir gesehen ich sehe dich was jetzt kommt kommt ein Basskampf oder so ähm es irritiert mich jetzt wirklich sehr was jetzt passiert also gesagt ich habe leichte Herzkröpfen hoffentlich passiert jetzt nichts hoffentlich passiert jetzt nichts Barry du bist falsch Moment mal ich will mal raus gucken ich kann nicht raus damit ich kann nicht raus nein das heißt jetzt kommt ein Bosskampf schätze ich mal Schaden hm 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 und Stufe 2 ich wollte dir raten Schaden zu ersetzen und dann nehmen wir mal dich als Schaden ja hier habe ich Meura getroffen ok legen wir einen Zahn zu los was dann geschehen was dann geschehen boah hier ist noch so ein Vieh irgendwo in der Nähe unter uns wie bei uns nein wo nur wir gehen erstmal auf die kleinen Räume ok hab auch eine gute Wahl getroffen ok nein nein ganz knapp Mist ich schätze nein ja nein nein gut boah Teilebox gleich mal sofort zurück sag ich nur mal hm oh da ist er ja ah da oben nett wir gehen ein bisschen spazieren ne so Barry kannst du doch irgendwas machen oder Kapazität also ich würde gerne sagen Kapazität hierauf oder nee Moment wenn dann kurz raus oh verdammt muss ich später eintauschen boah boah da hinten ist schon Blut yummy mit der Leite why not gut ich kann sie ruhig hier runter wer ist da wer ist da nicht so laut ha hö läuft wer ist da Mama bist du das verdammt 198 90 oh okay mh welches hier habe ich noch nicht geöffnet oh ne die Sicht ist wieder bedeckt also ist wieder verschwammt ah was ist hier ah sie sind Blut und Krieg nicht die Krise Respekt oh Chemikal yeah Köderflasche das gefällt mir am besten irgendwie hallo kannst du doch runter oder Moment mal was soll das gerade mit X wird sich nicht ich muss einen anderen Weg finden äh du hast sie nicht angefasst aber egal bisschen langsam langsam da ist einer fühlt sich einen in der Nähe an noch in der Nähe meine ich boah voll laut so also wenn das in der gleichen Stelle wo der letzte Boss ist ich wusste es dann ist es vorher recycelt oh ein Glück ähm ja wenn es von der letzten Stelle ist vom letzten Mal mit Claire und Dings dann ist es wirklich ein recycelt einfach nur recycelt Moment Moment ich komme da hoch muss ich da hoch ich gucke erstmal scheint so wo muss ich hier lang ja entschuldigung ich gucke mir leid ja ich muss hier wohl hin aber ich bleibe lieber hier solange denn ich weiß nicht was da unten ist da rum ja aber es ist ja nie ha und bei Resident Evil möchte man irgendwie immer andere Wege gehen ja ich kann es irgendwie nicht erklären also joa ich möchte irgendwie Sachen erkunden nicht sofort ähm losstimmen in die Story so ehrlich stumgegeharmonie äh ja hä wo bist du wo ist Barry da ist Barry ich dachte schon hab ich mich verlaufen oder so ok dafür haben wir Munition gleich für den Boss Gegner wenn da gleich ein kommt oh keine Lust ich kann es lesen könnte auf Stop drucken dann ok mach mir weiter la 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 äh äh ähm ich bin gerade verwirrt wo ich bin hier bin ich jo guck mir jetzt mal hier nein oder doch im Moment Schublade nein da ist nichts hm guck mir mal den anderen rein huh wie ich fühle hm 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 guck mir mal hier in die Ecke rein oh Moment mal ist das wieder verschlossen das wäre dann blöd richtig blöd Mist Mist bitte ducken geduckt bleiben meine Freundin Freundin Frau Lein würde ich sagen Mist oh Mist verdammter Mist das Monster sieht nicht hierher das Monster sieht nicht hierher das Monster sieht nicht hierher es weiß wie das wie ich das immer mache ja rote Kraut rotes Kraut so jetzt kann ich so machen ja übergeben übergeben dün 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 ja solange lässt du das hier rauchpulver rauchpulver wo wo ah nee ich kann kein raucher den äh aha komm ich schieße vielleicht so ein bisschen mehr rein 27 noch 15 damit ich ein bisschen weniger money habe komm eine noch so damit ich ein bisschen mehr Platz habe naja ey ey ich wollte mich doch gerade weggeschossen jetzt kommen noch mehr Munition toll 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 ist das nicht toll ok jetzt ist lange niemand hier das heißt wir können hoch ran los 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 und wozu hat er sich überhaupt da oben entschuldigt das hat auch nichts gemacht ok er ist ein zombie geworden aber ok oh komm rückwärts rennen schaffe ich auch ok ok moment ein helikopter ist das nicht gape oh nein ist gape jetzt ein zombie geworden und wir haben jetzt einen bosskampf gehen nein bitte nicht und er hat seinen eigenen willen und darum entschuldigt er sich bitte nicht oh von der anderen seite verschlossen auch noch verdammt 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 jetzt wirklich so im krach machen klar sowas schaffe ich auch sowas schaffe ich auch mit bloßen Händen jetzt lieber mit ihr denn sonst weil ich denke speicherpunkt na toll na toll na toll oh hier geht es aber tief runter ja was ist hier viereck ziegelstein puh go 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 oh ok wir sehen uns beim nächsten part Leute ciao